Es ist 7 Uhr. Zeit für den Montagswitz. Drei texanische Chirurgen unterhalten sich am Golfplatz. Sagt der eine, ich bin der beste Chirurg Texas. Ich habe einen Pianisten, der sieben Finger verloren hat, sie wieder angenäht und vor ein paar Wochen gab er ein Privatkonzert bei der Queen. Sagt der zweite, das ist gar nichts. Ich habe einen Patienten gehabt, der hat beide Arme und Beine verloren, ich habe sie wieder angenäht und vor ein paar Jahren hat er bei den Olympischen Spielen Gold gewonnen. Sagt der dritte, sorry guys, aber ihr seid wirklich Amateure. Vor einigen Jahren ist ein besoffener, bekiffter Cowboy frontal in den Zug geritten. Alles was von ihm übrig blieb, war der Arsch und die Mähne des Pferdes. Ich habe ihn operiert und seit kurzem ist er Präsident der Vereinigten Staaten. Der Montagswitz. Jörg 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 Jörg